Eine neue Elektronik-Idee für die Aufbahnunfälle und zwar, dass man vorne eben so ein Distanzmesser zum Vordermann einbaut und innen drin einen Pieps anlauten, falls dementsprechend eine Gefahrsituation entsteht, sodass man selber dann schnell auf die Bremse springen kann, wo man natürlich dann die Zeitbezügerung des Bremsspringens hat. Das ist doch dumm was. Das klappt nix.